Hi Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin heute wieder nicht zu Hause, sondern bei Barbara. Hi! Und wir haben heute ein ganz cooles Video für euch und zwar... Wir machen ein Back-to-School-Haul und wir haben beide einen Rucksack gefüllt mit jeder Menge Sachen, die ihr gewinnen könnt. Richtig, wir gehen zwar beide nicht mehr in die Schule, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Aber... Echt? Echt? Aber so viele von euch haben sich einfach Back-to-School-Videos gewünscht und ich dachte mir, komm, machen wir einfach nochmal so ein Video wie letztes Jahr, das kam super bei euch an und es ist halt auch immer sehr cool, wenn wir euch was gewinnen lassen können. Ja, genau. Gewinnen lassen können? Ihr könnt auf jeden Fall was gewinnen. Richtig, ja. Verhösung. Ja, also hier sind die beiden Rucksäcke, die wir, ja, unabhängig voneinander uns geholt haben und wir mussten beide ein paar Aufgaben sozusagen lösen, indem wir die passenden Produkte dazu shoppen, das werdet ihr dann gleich sehen. Und ja, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, aber irgendwie passen die Rucksäcke farblich zueinander. Ja, das habe ich gerade schon in meinem Video gesagt, so, Herr, das kauft uns doch keiner ab, dass wir uns nicht abgesprochen haben, weil das so matchy aussieht. Ja. Aber wir haben wirklich nicht drüber geredet. Das war... Auf jeden Fall nicht. Drama. Irgendwas, eine Verbindung zwischen uns, die ihr nicht sehen könnt und wir auch nicht. Egal. Okay, wird langsam ein bisschen weird. Wenn ihr aber wissen möchtet, wie ihr jetzt unsere prall gefüllten Rucksäcke gewinnen könnt, dann wartet bis zum Ende des Videos ab, da werden wir euch nochmal genauer sagen, wie das funktioniert. Aber jetzt starten wir mit der Aufgabe numero uno. So, das ist nämlich die Kategorie Zubehör. Wir haben unten einen Spickzettel, weil wir es uns nicht merken konnten. Sechs Challenges, Aufgaben zu merken, ist natürlich auch richtig hart. Für uns? Wir gehen ja nicht nur zur Schule. Wir haben ja eben alles verleert. Viele Jahre YouTube Brain Damage. Die dumme Influencer. So, jetzt mach. Okay, also, ich habe hier ein Set aus Lineals und was ich sehr cool daran finde, die kann man nicht... Lineals? Ist Lineals? Der Plura von Lineal. Lineale? Lineale? Was würdest du sagen? Ein Lineal, zwei Lineal. Nein. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall. Okay, es ist eigentlich auch nur ein Lineal und sonst ist es ein Gegner. Geodreieck und... Geodreiecks. Ist auch toll, um eure Freundin damit zu verprügeln. Nein, aber das Coole ist, man kann die nicht durchbrechen. Das ist so ein Soft-Irgendwas-Material, steht hier drauf. Und du kannst es ganz flexibel, ja, kurz mit deinem Rucksack tun, was auch immer. Ich habe einige Lineale in meinem... Lineals... Was auch immer. In meinem... Messgeräte in meinem Leben zerdeppert. Oh ja, ich auch. Besonders, wenn man die immer einfach so in seinen Ranzen reinschmeißt, dann ist immer irgendwo eine Ecke abgebrochen. Deswegen ist das sehr, sehr, sehr gut. Shatterproof. Cool. So, ich habe, ja, was irgendwie weniger Spektakuläres, aber auch sehr Nützliches. Und zwar ist das so ein Locher, den man... Der man in seinen Ordner rein... Das ist ein Taschenlocher. Taschenlocher heißt es. Ja, den kann man ja einhängen in seinen Ordner. Ja, stimmt. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist immer cool. Dann hat man nämlich immer auch seinen Locher dabei, weil irgendwelche Lehrer ja immer so Zettel rausgeben, die ungelocht sind. Und dann kann man das schnell nachholen und dann ist man organisierter. Und es passt praktisch zum Rucksack. Oh, wow, stimmt. Und Leute, falls wir irgendwie ein bisschen durchaus sehen oder leicht glänzend, ist es so, dass wir hier gerade bei bestimmt 40 Grad in einem Büro... ...und Milo ist gerade am Bellen drehen und wir können schon kaum noch. Und der hat den Nachbarshund gehört. Jep. So, wir machen jetzt weiter mit Kategorie Nummer 2. Und das ist etwas zu kaufen, was super für Organisation ist. Ja, die Kategorie mochte ich. Das war deutsch. Ich auch, ich auch, ja. Organisation ist immer gut. Ich liebe es, Dinge zu organisieren, auch wenn ich nicht der organisierteste Mensch bin. Das ist ein bisschen paradox, aber... Und da habe ich auch direkt etwas gekauft, was jetzt vielleicht nicht dafür da ist, um das mit in die Schule zu nehmen, aber für zu Hause finde ich sowas immer super. Voll cool. Und zwar ist das ein Whiteboard, nennt man das, glaube ich. So ein Weekly Planner, da könnt ihr einfach immer eure komplette Woche drauf planen und dann für die nächste Woche das wieder wegwischen. Das ist richtig gut. Und dann hat man einfach so alle Termine im Überblick und weiß einfach so, okay, da habe ich dann Zeit für das und so. Also ich finde das immer sehr gut. Das macht bei mir immer so ein bisschen den Kopf frei, wenn ich so meine ganzen Termine aufschreiben kann. Deswegen, yay, erschlagt mich damit. Da kommt die Rache. Meins geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Das ist aber jetzt halt ein Hausaufgabenheft. Kennt jeder, ist ziemlich selbsterklärend. Ich finde es schon irgendwie notwendig, weil... Das gehört nicht dazu. Stimmt. Das war unser Post-it, mit dem wir uns notiert haben, was zu welcher Kategorie gehört. Ja, aber ein Hausaufgabenheft, ja, sehr wichtig. Genau. Fächer kann man hier auch so eintragen und die Stunden und so. Ich schätze. Ja, ich auch. Ich behalte den Planer, ich brauche den zum Gehlen. Das ist halt sogar eine Hülle schon. Stimmt. Ich mähe das ein. Ja. Haben wir den mal gebrauchen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas nutzt. Also ich hab es immer genutzt, aber... Ich hab das Ding immer zu Hause vergessen. Das weiß ich noch ganz genau nicht. Ja, jetzt holt mal bitte eure Hausaufgabenhefte raus. Das ist so. Das gilt es. Ja, das mal. Die dritte Kategorie war es, schöne College-Blöcke zu finden. Und ich finde, das war ziemlich einfach. Also es gab so eine große Auswahl. Ja, richtig schön machen. Ich hab zwei. Ich kann sie erst zeigen. Ja, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen bekommt ihr zwei. Die sind auch total verschieden. Also der eine ist einfach hier so bunt und sagt happy. Smiley's. Genau. Und das ist auch ein karierter und der andere ist liniert. Oh shit, nein, der ist auch kariert. Oh. Fail. Ich hab tatsächlich immer gerne, also lieber, auf karierten Seiten geschrieben. Ja, weil kann man einfach alles mitmachen. Jo. Und er hat Sticker. Wow. Das ist der natürlich schön. Ich find den echt schön. Ist auf jeden Fall bumm. Ja. Wenn man sowas mag. Mein College-Block ist tatsächlich auch rund, aber mehr so in Pastellfarben. Den fand ich auch richtig schön und hier drauf steht, okay, let's do this. Mir passt der total gut zu dir. Ich weiß nicht wieso. Der? Ist voll schön, ja. Ja. Ich find den auch sehr schön und der ist liniert, glaube ich. Ja, liniert. Und da hinten sind auch noch solche. Was haben wir denn damit? Weiß ich auch nicht so genau. Ich glaub, da kann man vielleicht noch Zettel dann reinlegen und die sortieren. Hier sind noch irgendwie solche, die nennt man doch Unterteiler. Ja. Noch drin, also richtig süßer College-Block und der hat mir gut gefallen und den könnt ihr natürlich auch gewinnen. Schön. Kategorie Nummer 4 war es, Post-its zu kaufen. Kann man immer gebrauchen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und da habe ich solche lustigen bunten mit lustigen kleinen Eulen drauf. Sehr süß. In verschiedenen Größen. Hier sind größere und kleinere drin. Ja, sehr gut. Ich habe ein bisschen größere. Die Auswahl ist nicht so groß wie bei Kati, aber sie sind auch schön, finde ich. Ja, ein bisschen schlichter, meine sind ein bisschen verspielter. Das ist so die rosa Variante, das ist die blaue Variante. Wow. Wow. Einmal nur wow. Ich habe das vorhin wieder erklärt. Okay. Die nächste Kategorie sollte es sein, etwas Außergewöhnliches zu finden. Oh, ich bin ja mal gespannt. Was hast du denn da? Weiß ich nicht, hörst du. Ach, stimmt. Ja, das fand ich richtig cool. Und zwar sind das Textmarker, was an sich ja nicht so wahnsinnig außergewöhnlich ist. Aber erstens, die Farben sind ein bisschen anders als sonst, nämlich pastellig. Und die kann man wohl wegradieren. Steht zumindest hier drauf. Textmarker? Ja, wenn du irgendwas markiert hast, was du gar nicht markieren wolltest, kannst du es wieder wegradieren. Hm. Interessant. Das muss man auf jeden Fall. Ich würde da gerne mal ausprobieren. Ja, ich auch. Lass es aufmachen. Ich würde es auch echt gerne ausprobieren. Aber es gibt so Kullis, die habe ich mal getestet, die sehen auch ganz ähnlich aus. Ja, das weiß ich. So Kullis zum Wegradieren. Die kenne ich, aber ich habe es noch nie mit Textmarkern gesehen. Ich auch nicht. Ich habe es auch noch nie gesehen. Friktion. Friktion. Light. Erasable Highlighter. Also, ja. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, Pech. So. Ich habe auch etwas Außergewöhnliches. Und zwar ist das so ein Kulli. Ich hoffe, das ist ein Kulli. Ich glaube aber schon. Kugelschreiber, ja. Da steht drauf Kügelschreiber. Kügelschreiber, wie süß. Was ist denn ein Kügelschreiber? Auf jeden Fall ist das so ein dicker Kugelschreiber. Und das Besondere an dem ist nämlich, dass man hier runterdrücken kann. Und dann hat er immer eine andere Farbe. Das heißt, er ist gleichzeitig ein schwarzer, blauer, roter, grüner, orangener und lilaner Kugelschreiber. Kein Pink. Stimmt, warum ist da kein Pink bei? Jetzt bin ich immer enttäuscht. Aber ich hatte immer so einen von den Minions. Voll cool. Nein, der hat jetzt Vögelchen da drauf. Die letzte Aufgabe war, dass wir einfach so random irgendwas kaufen. Ein Zusatzartikel, sag ich mal. Ja. Was hast du denn da? Ich habe das einfach nur gesehen und dachte mir, Gold ist glitzert, wie so eine Krähe. Ne, Elster, ne Elster. Elster, glaube ich. Ja, wie eine Elster bin ich da drin. Und zwar ist das dieser rosägeldene, ja, ich habe mir gedacht, Turnbeutel. Ja, genau. Aber natürlich könnte man das jetzt auch für irgendwas anderes verwenden. Krass, wie der glänzt hier in dem Licht. Also, du würdest dir am liebsten in dein Nest legen, ne? Wirklich. Ich habe auch was sehr cooles, wie ich finde. Und zwar ist das eine technische Sache einfach mal. Ich weiß nicht so genau, ob man das in der Schule häufig braucht, aber es sah einfach so süß aus. Deswegen habe ich es gekauft. Die Wassermelone, ne? Ja, das ist ein Mikro-USB und irgendein anderer USB-Anschluss. Das heißt, man könnte damit sein Handy laden. Das ist nicht nur iPhone, sondern, glaube ich, auch Android. Stimmt, ja. Das sind auf jeden Fall verschiedene Anschlüsse. Und das sieht halt sehr süß aus. Das ist so schwarz-weiß gestreift mit einer Wassermelone drauf. Hey, das musste man mitnehmen. Und das könnt ihr auch noch gewinnen. Yay. So, die Rucksäcke sind jetzt leer. Aber das war noch nicht alles, was ihr pro Rucksack gewinnen könnt. Denn die andere Hälfte der Sachen, die wir verlosen, findet ihr auf Barbaras Kanal. Da stellen wir vor, was wir noch so für Challenges haben. Und jetzt, falls ihr nicht gerade sowieso schon von Barbaras Video kommt und es noch nicht gesehen habt, dann klickt auf jeden Fall jetzt mal in der Infobox. Und vielleicht auch irgendwie hier, wenn ich das eingeblendet kriege. Auf jeden Fall wird ihr Video irgendwo verlinkt sein. Und auch ihr Instagram-Kanal. Denn dort werden wir unsere Rucksäcke verlosen. Yay. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Und es ist super bei euch angekommen. Deswegen wollten wir es dieses Jahr einfach auch nochmal wiederholen und euch was zurückgeben. Und ja. Genau. Also folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram, damit ihr die prall gefüllten Rucksäcke, und nein, das hört sich nicht zweideutig an, gewinnen könnt. Ja, wir hoffen natürlich, euch haben unsere Videos gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Und dann können wir so einen Back-to-School-Haul auch nochmal nächstes Jahr drehen. Ja. Ich meine, why not? Es macht immer Spaß, euch einfach was zurückzugeben. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video auch ganz bald wieder. Ciao. Ciao. Ciao.